So, heute soll es noch einmal um PSPACE gehen. Genauer gesagt wollen wir uns PSPACE-Vollständigkeit anschauen. Das heißt, es geht diesmal um die schwersten oder Vertreter der schwersten Probleme in PSPACE. Zumindest kann man das in erster Nährung intuitiv schon so sagen, im Grundstudium allemal. Beim letzten Mal hatten wir schon über PSPACE gesprochen. Ich hatte Ihnen auch schon schwere und typische PSPACE-Probleme vorgestellt. Insbesondere hatten wir die quantifizierten Buhl'schen Formeln, die QBFs, kennengelernt, die eine starke Verallgemeinerung von propositionaler Erfüllbarkeit und Tartologie und verschiedenen anderen Problemen darstellen. Und ich hatte auch schon über andere Probleme gesprochen, über Geography, dieses Zweispielerspiel, was uns Michael Sipser auf die mathematische Version abstrahiert hat, damit wir die Komplexität untersuchen können. Und all diese Probleme, wie wir sehen werden, sind schon Beispiele für PSPACE-Vollständige Probleme. Nur habe ich das bisher noch nicht weiter bewiesen oder erklärt, wieso das so ist. Und das soll jetzt in diesem Video nachgeholt werden, damit wir auch besser verstehen, wie das alles zustande kommt. Willkommen zurück, also mein Name ist Markus Krutsch und das sind die Vorlesungen in Subthema Theoretische Informatik und Logik an der TU Dresden. Ein kleiner Rückblick war das gerade schon, aber ich kann Ihnen noch mal zur Erinnerung zeigen, wie das beim letzten Mal aussah. Das also ist der Algorithmus, der gezeigt hat, dass die Entscheidung, ob eine bestimmte QBF-Formel wahr ist, also ausgewertet war, ergibt, dass diese Entscheidung, der diese Entscheidung trifft, dieser Algorithmus, den sehen Sie hier, und die als einfacher Pseudo-Algorithmus, ja, so wie wir ihn beim letzten Mal kennengelernt hatten. Und ich zeige Ihnen den noch mal, weil das ein sehr typischer Algorithmus ist dafür, wie man Enthaltensein in PSPACE oft zeigt. Also wir stellen uns oft ein P-Space-Problem vor als eine Abfolge vielleicht von Entscheidungen bei einem Spiel zum Beispiel, wo mehrere Spieler miteinander spielen, vielleicht auch bei einer Formel, bei der wir Wahrheitswerte zu mehreren Atomen der Reihe nach zuweisen und so weiter und so fort. Und diese Entscheidungen führen uns zu einem Baum, einem Entscheidungsbaum, der verschiedene mögliche Pfade enthält. Und die Frage, was jetzt das Endergebnis der Berechnung sein soll, entscheidet sich nicht, wie bei NP oder bei den nicht-deterministischen Turing-Maschinen allgemein, dadurch, ob es jetzt einen einzigen Pfad gibt, der erfolgreich ist und auch nicht danach, ob alle Pfade vielleicht erfolgreich sind, wie bei QNP, sondern bei PSPACE müssen wir die Pfade irgendwie miteinander kombinieren, müssen sie kombinieren und erhalten so jeweils von den Kindern im Baum aufsteigen den Wert für die Elternknoten. Und das sieht man hier in dem Algorithmus recht gut, weil der Algorithmus letztlich genau durch so einen Entscheidungsbaum, durch so einen Baum der Möglichkeiten navigiert, indem er eine Tiefensuche oder Tiefensuche ist vielleicht ein bisschen missverständlich, wir suchen nichts, aber wir iterieren durch den Baum, indem wir zunächst in die Tiefe gehen und dann wieder nach oben gehen, andere Abzweige in die Tiefe verfolgen. Und das wird hier mit dem Algorithmus schön dargestellt. Sie haben die beiden rekursiven Fälle hier in Zeile 5 und 7, bei denen wir jeweils die gleiche Funktion noch einmal aufrufen, mit einer Belegung für das, was wir gerade betrachten. Und wir berufen sie zunächst mit der einen Belegung auf und anschließend mit der anderen. Und der allgemeine Trick, den wir immer wieder sehen bei PSPACE-Algorithmen, ist, dass wir für diese zwei Aufrufe nicht etwa doppelten Speicher benötigen, sondern dass wir zunächst den einen abarbeiten. Und wenn der ein Ergebnis geliefert hat, müssen wir nur das Ergebnis noch uns merken, wahr oder falsch, und können all unseren Speicher nutzen, um den zweiten Aufruf zu berechnen. Und wie diese beiden kombiniert werden, das entscheidet dann das Problem. In dem Fall gibt es OR und AND, die beiden Bullschen Kombinationen. Das heißt also, dieser Baum, durch den die Suche geht, der ist eine Art AND OR-Baum, der also logische Werte, die an den Blättern entstehen, miteinander verrechnet, bis man irgendwann weiß, was die Wurzel für einen Wert hat. Und das ist dann die Akzeptanz oder eben Nicht-Akzeptanz für die konkrete Form. Okay, so funktionieren solche Algorithmen oft. Und wir werden noch ein Beispiel in diesem Video sehen, was im Prinzip auch so läuft. Okay, PSPACE-Schwere, ja. Was es heißt, PSPACE-Schwer zu sein, das ist nicht überraschend, das wissen Sie schon. Das ist genau das Gleiche wie bei NP, das hatte ich schon erwähnt. Ein Problem ist PSPACE-Schwer, wenn jedes andere Problem in PSPACE-Polynomiell darauf reduziert werden kann. Und es ist vollständig, wenn es zusätzlich auch noch in PSPACE liegt. Sie wissen, ein Problem kann schwer sein für eine Klasse, aber selbst nicht in dieser Klasse liegen. Das ist typischerweise dann so, wenn das Problem noch schwerer ist. Ja, dann ist es immer noch stark genug, um alle Probleme zum Beispiel aus PSPACE darauf zu reduzieren. Aber es ist selbst nicht in der Klasse enthalten. Es ist also kein typisches Problem für PSPACE, das ist auch nur eins, was mindestens so schwer ist, wie das in PSPACE vorhanden. Okay, das ist also die Definition. Und ich hatte beim letzten Mal schon behauptet, dass dieses Problem, die Auswertung von QBFs, PSPACE-Schwer ist. Das vollständig ist das Enthaltensein, haben Sie gerade gesehen mit dem Algorithmus. Das hatten wir schon. Und jetzt ist die Frage, wie bekommen wir die Schwere? Und das ist tatsächlich nicht ganz unaufwendig. Da muss man ein bisschen ausholen, wenn man das im Detail zeigen will. Ich werde es Ihnen hier nur skizzieren und Ihnen grob die Beweisidee schildern. Ein Grund auch, warum ich es nur skizziere, ist, dass das das erste Problem ist, von dem wir zeigen wollen, dass es PSPACE schwer ist. Wir haben bis jetzt noch kein anderes Problem kennengelernt, was diese Eigenschaft hat. Und dadurch sind wir etwas eingeschränkt bei unseren Beweistechniken. Meistens, wenn wir Schwere von etwas beweisen wollen, dann machen wir es uns ja einfach. Wir nehmen einfach ein bereits bekanntes schweres Problem und reduzieren es auf das Problem, von dem wir die Schwere jetzt auch zeigen wollen. Und wenn das bekannte Problem nicht allzu unterschiedlich ist oder im Prinzip so ähnlich funktioniert, dann ist die Reduktion oft auch gar nicht so kompliziert. Es gibt ein paar wenige komplizierte Reduktionen, aber die meisten Reduktionen in der Informatik sind doch relativ einfach. Und das ist natürlich schön und praktisch, geht allerdings nur dann, wenn wir schon Probleme haben, die schwer sind für die Klasse, die uns gerade interessiert. Bei PSPACE ist das jetzt noch nicht so. Wir müssen also irgendwoher ein erstes Problem nehmen. Und das kennen Sie schon von SAT her, wenn Sie sich erinnern an unseren Beweis des Cook-Levin-Theorems, wo man gezeigt hat, dass SAT ein NP-schweres Problem ist, dass so ein erster Beweis immer ein bisschen aufwendiger ist. Denn das Einzige, was uns unmittelbar mit der Klasse PSPACE verbindet, wenn wir noch keine weiteren Probleme als vollständig für die Klasse erkannt haben, ist die Definition der Klasse direkt über Turing Machine. Das heißt, wenn wir zeigen wollen, dass, wie hier gefordert, jedes andere Problem in PSPACE reduziert werden kann, dann müssen wir das unter Umständen direkt zeigen. Und was wir wissen ist, jetzt jedes Problem in PSPACE muss mit irgendeiner Turing-Maschine, mit einem Algorithmus lösbar sein, der nur polynomiell viel Speicher braucht. Das ist das Einzige, was wir an Informationen haben. Und mit dieser geringen Information über das Problem müssen wir schon in der Lage sein, eine Reduktion zu finden. Das heißt, in gewisser Weise ist das immer noch eine Arbeit mit Reduktionen. Wir zeigen für die Schwere auch wieder, dass wir etwas auf etwas anderes reduzieren können. Nur der Unterschied ist jetzt, dass wir nicht einfach nur ein konkretes schweres Problem nehmen können und uns darauf konzentrieren, sagen, das reduzieren wir, sondern wir müssen jetzt in gewisser Weise beliebige PSPACE-Algorithmen auf unser Kandidatenproblem, in dem Fall auf 2QBF, reduzieren. Und das ist also noch ein bisschen allgemeiner und man muss immer ein bisschen mehr schreiben dafür, weil man eben sich nicht an so vielen konkreten Dingen festhalten kann. Okay. Wie gesagt, bei Cook-Levin haben wir das schon mal gemacht und es ist ein guter Moment, sich jetzt daran zu erinnern, wenn Sie dem Beweis folgen wollen, wie das eigentlich funktioniert hat. Der Cook-Levin-Theorem war ja ganz ähnlich eigentlich in der Art der Aussage. Wir haben gezeigt, dass SAT NP vollständig ist oder wichtig war da die Schwere. Das ist das Schwierige, zu zeigen, dass NP schwer ist. Und das gelang, indem man, also dieser Beweis ist letztlich natürlich die Beziehung herzustellen zwischen einer Berechnung mit Turing-Maschinen und einer logischen Formel oder beziehungsweise einem Problem über logischen Formeln, was mit der Bedeutung von logischen Formeln zu tun hat. Das heißt, wir müssen irgendwie es schaffen, Berechnungen in Logik zu übersetzen. Das passt natürlich wunderbar in einer Vorlesungsreihe zum Thema theoretische Informatik und Logik. Also ist aber auch so an sich eine gute Idee. Es ist kein Zufall vielleicht, dass das Cook-Levin-Theorem das erste dieser Art war, was ein Problem als NP vollständig erkannt hat, weil eben Logik sich an sich, auch wenn es erst mal auf den ersten Blick ganz schön unterschiedlich aussieht, ziemlich gut eignet, um alle möglichen Dinge darzustellen und eben auch Berechnungen. Okay, das heißt, unsere Aufgabe bei so einem Beweis ist es jetzt, eine Berechnung mit Hilfe von logischen Aussagen darzustellen. Wir sind im Prinzip immer noch in der Aussagenlogik, auch mit diesen QBF-Formeln haben wir ja nur aussagenlogische Ausdrücke zur Verfügung. Es gibt Atome, es gibt diese Propositionen und wir verknüpfen sie mit den normalen Buhl'schen Operatoren. Der einzige Unterschied sind jetzt diese Quantoren, die wir noch da vorstellen können. Die Quantoren vergessen wir aber erst mal, wenn wir jetzt uns überlegen, wie sowas funktionieren kann. Im Prinzip geht es erst mal nur darum zu sagen, wie kann ich die Berechnung eines Algorithmus in Logik darstellen. Und die Idee ist jetzt, dass auch bei diesem Beweis wieder wir genau wie bei Cook-Levin diesen Lauf letztlich, den eine Turing-Maschine durchführt, mit aussagenlogischen Atomen darstellen sollen. Das ist auch, wenn man das im Detail sich anschauen will, und Sie können es gerne noch mal anschauen auf dem alten Video, dann muss man natürlich die Details der Turing-Maschine in Betracht ziehen. Das ist einer der wenigen Stellen, wo man nicht einfach nur sagen kann, wenn ich Turing-Maschine sage, können Sie genauso gut Algorithmus hören. Das ist im Prinzip dasselbe für uns. Wenn man so einen Beweis hier machen will, im Detail muss man natürlich sich irgendwie festlegen, wie genau die Turing-Maschine definiert ist und was genau man da modelliert. Das heißt, an dieser Stelle müssen wir wirklich überlegen, wie funktionieren Turing-Maschinen? Sie haben jeweils einen Lauf. Und wenn eine Turing-Maschine einen Lauf hat, dann besteht er aus Konfigurationen. Die Konfiguration ist jeweils ein Teil des Bandes, ein endlicher Teil des Bandes. Das ist natürlich potenziell unendlich, aber die Turing-Maschine hat zu jedem gegebenen Zeitpunkt nur endlich viele Felder gesehen und beschrieben. Das heißt, wir können den immer endlich darstellen. Und dieser endliche Teil des Bandes, der ist mit Zeichen beschrieben. Außerdem hat die Turing-Maschine eine Position darauf und befindet sich in einem bestimmten Zustand. All das müssen wir irgendwie kodieren. Und das darzustellen an sich ist nicht schwer in Aussagenlogik. Ja, Aussagenlogik besteht aus lauter Atomen, die wahr oder falsch sein können, mit anderen Worten aus Bits. Und alles, was wir jetzt tun müssen, ist eine beliebige Konfiguration in Bits kodieren. Das könnte man jetzt effizient machen oder optimiert machen, aber das macht uns nur das Leben schwer. Das heißt, in der Regel, wenn man so einen Beweis angibt, nimmt man eine einfache Kodierung zum Beispiel, indem man für jede mögliche Belegung eines bestimmten Symbols, eines bestimmten Band-Symbols, eine bestimmte Band-Position, sollte ich sagen, mit Symbolen, ein Bit einführt. Und wenn das Bit wahr ist, dann bedeutet das, diese Position auf dem Band hat, dieses bestimmte Zeichen. Und wenn das Bit falsch ist, dann heißt es, es hat eben nicht dieses Zeichen, es hat irgendwas anderes. Das ist natürlich sehr ineffizient, so würden Sie es vielleicht nicht in der Praxis kodieren, weil Sie im Prinzip keine Binärkodierung verwenden, aber das ist dafür schön zu arbeiten. Okay, also Sie können sich vorstellen, wir haben jetzt also viele Bits, die irgendwie ausdrücken, wie eine Konfiguration aussieht. Das funktioniert. Jetzt muss man natürlich aufpassen und sich fragen, wie groß werden denn die Konfigurationen? Wie viel Platz, wie viel Speicher braucht diese Turing-Maschine? Und das war bei NP, nicht deterministische, polynomiale Zeit, war das nicht allzu viel, weil in polynomiale Zeit kann so eine Turing-Maschine auch nur polynomiale viel Speicher benutzen. Und das heißt, wir wussten schon von vornherein, die Konfigurationen wären nicht allzu groß. und das gab uns eine obere Grenze, wie viele Bits wir überhaupt brauchen. Und das war eine polynomiale Grenze. Was ja ganz wichtig ist, wir wollen ja eine polynomiale Reduktion angeben. Das heißt, es muss uns irgendwie gelingen, eine logische Formel aufzuschreiben, die nicht allzu groß wird. Polynomial groß sollte sie sein. Wir dürfen bei dieser Reduktion übrigens jeweils annehmen, dass wir das Polynom kennen. Das ist auch ein wichtiger Punkt, da können Sie auch gerne mal drüber nachdenken, warum darf man das annehmen, ist das überhaupt okay? Da hatte ich auch schon mal drüber gesprochen. Okay. Wir haben also jetzt festgestellt, wir brauchen nicht allzu viel Speicher bei NP. Und bei unserer neuen Aufgabe hier, wo es um PSPACE geht, ist das natürlich auch so. PSPACE hat nicht mehr die Beschränkung auf polynomiell viele Schritte, aber es hat immer noch die Beschränkung auf polynomiell viel Speicher. Und das bedeutet, eine Konfiguration kann nicht allzu groß werden. Das ist schon mal gut. Wir brauchen nicht zu viele Bits für eine Konfiguration. Gleichzeitig, weil der Speicher eben nur polynomiell ist, weiß ich von vornherein, dass ich die Position des Lese-Schreibkopfes der Turing-Maschine auch innerhalb dieses Speichers verorten kann. Also auch wenn die Maschine lang läuft, wird sie nicht aus dem Speicher rausgehen, sie bleibt in ihrem polynomiell-Speicher. Und das bedeutet, auch dieser Teil der Konfiguration lässt sich mit wenig Aufwand kodieren. Okay, das geht also wunderbar und ist einfach kodierbar. Im Prinzip, wenn Sie die Details sehen wollen, mit den ganzen Bits und so weiter, schauen Sie noch mal das alte Video an. Aber es reicht, wenn man sich jetzt vorstellen kann, dass es irgendwie geht, so eine kleine Konfiguration mit relativ wenigen Bits darzustellen. Das Problem, was wir jetzt allerdings haben, ist die Zeit. P-Space-Maschinen können exponentiell langlaufen. Da haben wir sogar schon Beispiele gesehen. Wenn Sie zum Beispiel SAT mithilfe von einem P-Space-Algorithmus lösen, können Sie sagen, Sie haben eine exponentiell große Wahrheitswertetabelle. So viele Möglichkeiten gibt es in der Wahrheitswertetabelle, aber jede Zeile ist nur relativ klein, linear groß, also prünkt mehr. Und Sie könnten jetzt einen Algorithmus konstruieren, der systematisch jede einzelne Zeile der Wahrheitswertetabelle anschaut. Das braucht immer nur Poinimitiv Speicher, aber Sie müssen natürlich durch alle Zeilen gehen, also durch exponentiell viele. Das heißt, der Algorithmus braucht unter Umständen exponentiell lange, bis er sicher sein kann, dass zum Beispiel keine Zeile erfüllend ist für eine bestimmte Formel. Das ist also ein Beispiel für einen Algorithmus, der lange läuft, obwohl er wenig Speicher braucht. Das kann uns passieren. Und dadurch bricht uns plötzlich ein wichtiger Teil unseres Cook-Levin-Beweises weg. Im Cook-Levin-Beweis haben wir einfach sagen können, ja, es gibt Poinomiell viel Speicher, es gibt aber auch Poinomiell viele Schritte. Haben wir also Poinomiell mal Poinomiell in unserer Matrix, wenn Sie so wollen, aus den Konfigurationen. Und wir können das gesamte Gebilde, also jede Konfiguration in jedem Zeitpunkt durch Bits darstellen. Wir müssen einfach nur sehr, sehr viele Bits benutzen. Das ist aber nicht so schlimm, weil so viele sind es eben auch nicht. Es ist eben nur Poinomiell viel. Das heißt, wir haben nicht nur ein Bit für jede Position und jedes Zeichen, das an dieser Position stehen könnte, sondern auch noch für jeden Zeitpunkt, an dem ein bestimmtes Zeichen an einer bestimmten Position stehen kann. Und all das wird propositional kodiert. Wir nehmen einfach sehr, sehr viele Bits. Das funktioniert jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir das Problem, Zeit kann lang sein und exponentiell viele Zeitpunkte können wir nicht mit Poinomiell vielen Bits kodieren. Also das heißt, wir können nicht einfach so viele Atome, so viele Propositionen annehmen, wie man brauchen würde, um den gesamten Lauf der Turing-Maschine, der P-Space-Turing-Maschine komplett darzustellen. Das ist also ein Problem. Und das ist im Prinzip die Herausforderung bei diesem Beweis von der P-Space-Schwere von TrueQBF. Für die Kodierung muss man sich jetzt irgendwas einfallen lassen, wie man es schafft, Bits wiederzuverwenden. Und das ist eine Herausforderung. Okay. Wie kann man das machen? Die Idee ist folgende. Ich gebe Ihnen das nur mal grob mit auf den Weg. Also nochmal unsere Einsichten. Erstens, man kann eine komplette Turing-Maschinen-Konfiguration mit Poinomiell vielen Bits darstellen. Siehe QClevin. Ebenso kann man zwei oder drei oder vier, fünf, sechs, sieben Konfigurationen kodieren. Das ist völlig okay, aber eben nicht exponentiell viele. Also nicht für jeden Schritt eine. Das geht nicht. Aber es ist es erlaubt, mehrere zu kodieren. Das ist völlig in Ordnung. Es dürften auch Poinomiell viele sein. Es dürfen aber nicht exponentiell viele sein. Man darf außerdem annehmen, dass die direkten Übergänge zwischen den Konfigurationen ebenso die genaue Form der Startkonfiguration und die genaue Form der möglichen Endkonfiguration sich mithilfe von logischen Formeln ausdrücken lassen. Das haben wir bei QClevin auch schon so gesehen. Man kann also, wenn man Bits hat für zwei Konfigurationen, kann man auch eine Formel aufschreiben, die ausdrückt, dass die erste Konfiguration die Vorgängerkonfiguration der zweiten ist. Die eindeutige. Das ist eine deterministische Turing-Maschine. Da gibt es sowieso nur eine. Aber selbst bei nicht-deterministischen funktioniert das. Unsere Logik hat ja oder. Das heißt, sie kann auch ausdrücken, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, die zulässig sind. Wir brauchen hier nur deterministisch. Aber tatsächlich ist es so, wenn man den Beweis hier genau aufschreibt im Detail, dann hat man auch nebenbei bewiesen, dass deterministisch und nicht-deterministisch sich hier gleichermaßen ausdrücken lassen und keinen Unterschied machen. Gut, also das geht alles. Das funktioniert. Übergänge bekommen wir hin, ein paar Konfigurationen, eine Handvoll können wir nehmen, aber eben nicht alle. Und das Problem, was wir jetzt haben, ist, dass Akzeptanz, also die Frage, ob die Turing-Maschine akzeptiert, ob der Algorithmus ja ausgibt am Ende, sich letztlich darstellt als ein Erreichbarkeitsproblem. Das heißt also, ich habe die Frage, kann man von der Startkonfiguration ausgehend eine Endkonfiguration innerhalb von einer endlichen Zahl von Übergängen erreichen. Endlich in dem Fall heißt sicherlich auch, es kann nicht mehr als exponentiell viele sein, geben. Denn wenn man nur poinomier viel Speicher hat, dann gibt es nur exponentiell viele verschiedene Belegungen und Positionen des Turing-Maschinen-Kopfes auf diesem Speicher. Das heißt, spätestens nach exponentiell vielen Schritten für eine konkrete exponentielle Funktion, die abhängt von dem Bandalphabet und von vielen anderen Dingen, aber nach exponentiell vielen Schritten hat man irgendwie alle Konfigurationen gesehen. Also irgendwann geht es dann einfach nicht weiter. Aber es kann eben ein sehr langer Weg sein vom Start zum Ziel. Okay. Das heißt, Akzeptanz entspricht Erreichbarkeit. Und das ist eine Idee, die wir auch früher schon gesehen haben, wenn wir über Turing-Maschinen und ihren Konfigurationsgrafen gesprochen haben. Also wenn man einfach alle Konfigurationen sich in einem großen Grafen vorstellt und dann darin Pfade sucht, da kann man das auch sehen. Und im Prinzip wollen wir das hier machen, nur dass wir es uns nicht leisten können, den ganzen großen Grafen vorher zu berechnen, da der viel zu viel Speicher braucht. Gut. Das ist also das Erreichbarkeitsproblem, was wir hier lösen müssen. Wir hatten beim letzten Mal auch schon über Erreichbarkeitsprobleme gesprochen, da hatten wir aber Nicht-Determinismus. Da konnten wir blind raten und konnten unsere Erreichbarkeit dadurch ermitteln, dass wir einfach versuchen, irgendwo lang zu laufen, in der Hoffnung, dass wir auf diesem Wege zum Ziel kommen. Das geht hier auch nicht. Wir haben keinen Nicht-Determinismus. Wir wollen zeigen, dass man das mit Hilfe von Formeln ausdrücken kann. Das ist ein anderes Problem. Also, das müssen wir hier irgendwie in QBFs ausdrücken. Okay. Wie kann das jetzt gelingen, so ein Erreichbarkeitsproblem auszudrücken? Und die Lösung, die man da benutzt, ist eine Lösung, die letztlich auf Walter Savage zurückgeht. Denn im Prinzip, das berühmte Theorem von Savage, der berühmte Satz von Savage, wird auch so gezeigt. Und zwar macht man keine Tiefensuche, bei der man einen exponentiell langen Pfad speichern müsste. Und wenn man nichts findet, geht man einen Schritt zurück und sucht den nächsten Abzweig und so weiter. Wir machen auch keine Breitensuche, wo man also zunächst ein, wo man alle Pfade parallel konstruiert und am Ende exponentiell viele, exponentiell viele, exponentiell lange Pfade unter Umständen hat. Sondern wir machen eine Suche, die von der Mitte her anfängt. Und im Vergleich zur Depth-First Search und Breath-First Search wird dieses Verfahren manchmal als Middle-First Search bezeichnet. Wie funktioniert das? Die Idee ist ziemlich ausgeklügelt. Um zu prüfen, ob man von einem Knoten in einem Graphen, wir abstrahieren das mal, also das sind natürlich Konfigurationen bei uns, aber das interessiert uns jetzt nicht. Stellen Sie sich einfach vor, Sie haben einen exponentiell großen Graphen. Und da gibt es einen Knoten S und einen Knoten T. Und Sie möchten jetzt prüfen, ob Sie von S nach T gelangen können. Im Prinzip können wir dieses Turing-Maschinen-Akzeptanzproblem darauf zurückführen. Soweit sind wir schon. Wir können sogar soweit umformen, dass wir wirklich nur einen Zielknoten haben. Es gibt natürlich in der Regel viele verschiedene Endkonfigurationen, aber man kann die Turing-Maschine leicht so umformen, dass es immer eine eindeutige, akzeptierende Endkonfiguration gibt. Das ist eine leichte Übung. Okay, also wir haben einen Startknoten und einen Zielknoten und wollen prüfen, ob man den Zielknoten vom Start aus erreichen kann. Und zwar, indem wir eine Formel schreiben, die genau dann den Wert wahrnimmt, wenn das möglich ist. Der Algorithmus, den wir dabei umsetzen wollen, funktioniert so. Wir prüfen zunächst erster Schritt, ob wir vielleicht das Ergebnis schon erreicht haben. Also entweder vielleicht Start und Ziel schon gleich sind, also das Problem trivial ist, wir müssen überhaupt nicht mehr laufen, wir sind schon da. Oder ob vielleicht s ein direkter Vorgänger ist von t, also ob einer der unmittelbaren Nachfolger und in den deterministischen Turing-Maschinen-Übergangskrafen gibt es sowieso nur einen, ob dieser direkte Nachfolger von s also gleich t ist, dann haben wir auch die Erreichbarkeit schon gezeigt. Und das geht sicherlich auch mit prünomerem Speicher, wenn ich das so machen würde. Okay. Wenn das jetzt, was der Normalfall sein wird, allerdings beides nicht eintritt, dann müssen wir irgendwie es schaffen, weiter durch den Graphen zu gehen, ohne dass wir uns da bei den ganzen Pfad merken. Und der Trick, um das zu erreichen, ist, dass wir einen beliebigen Punkt raten, nicht deterministisch wieder, m, der gedachterweise die Mitte eines möglichen Pfades von s nach t markieren soll. Das heißt, wir sagen einfach, ja, wenn man irgendwie von s nach t kommt, in mehr als einem Schritt, dann gibt es auch irgendeinen Knoten auf diesem Pfad. Und wir nehmen einen, der ungefähr in der Mitte ist, versuchen, den zu raten. Das ist unser Versuch. Raten kann man natürlich nicht deterministisch, wie man möchte, aber der Algorithmus muss immer noch prüfen, ob das Geratene auch stimmt. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass man durch Zauberei die richtigen Möglichkeiten errät, sondern man muss im Algorithmus einen Weg vorsehen, wie man verifizieren kann, dass das Geratene auch stimmt. Und wenn Sie zurückschauen, mit allen unseren nicht deterministischen Algorithmen haben wir es immer so gemacht. Raten ist okay, aber es muss auch ein Prüfschritt folgen. Wie finden wir jetzt also raus, ob wir richtig geraten haben, ob wirklich M in der Mitte eines Pfades von S nach T liegt? Das machen wir wie folgt. Wir prüfen rekursiv, also mit einem rekursiven Aufruf, ob man von S nach M gelangen kann. Also vom Startpunkt zur Mitte. Das ist wieder ein Erreichbarkeitsproblem, aber diesmal hoffentlich eins, was einen kürzeren Pfad betrachten kann, nämlich nicht von S nach T, sondern nur noch von S nach M. Das prüfen wir, indem wir die gleiche Prozedur nochmal aufrufen. Und bevor Sie sich jetzt vorstellen, was da alles passiert, sage ich Ihnen erstmal, was dann danach passiert, nachdem wir diesen Teil sichergestellt haben. Wenn wir also sicher sind, dass man von S nach M gelangen kann, dann prüfen wir im zweiten Schritt rekursiv, ob man von M nach T gelangen kann. Und das wird wieder rekursiv als Aufruf derselben Prozedur gemacht. und das ist jetzt natürlich ein bisschen verwirrend durchaus, sich zu überlegen, was passiert jetzt hier genau, wie funktioniert das? Aber es ist an sich vielleicht nicht so schwer. Die Idee ist wieder sehr ähnlich zu der Idee, die wir vorher schon gesehen haben mit dem Peacebase-Algorithmus, den ich Ihnen gezeigt hatte, dass man rekursiv arbeitet, aber dass man nicht alles gleichzeitig tut, sondern der Reihe nach. Das heißt, man benutzt erst den Speicher, den man hat, für den ersten rekursiven Aufruf. Wenn man den verifiziert hat, muss man sich nichts merken, man weiß, man ist weitergekommen, also man war erfolgreich, sonst würde man den letzten Schritt gar nicht machen. Dann kann man also allen Speicher freigeben, den man für diese erste Prüfung brauchte und kann sich in die zweite Aufgabe stützen. Okay. Und was man sich jetzt überlegen kann, ist, was hier jeweils passiert. In jedem Schritt halbiert sich nämlich die Länge des Pfades. Das heißt also, wenn der Pfad von S nach T eine bestimmte Länge hatte und wir den Mittelpunkt erraten, dann hat der Pfad von S nach M nur noch die Hälfte der Länge. Und wenn wir jetzt rekursiv prüfen, ob von S nach M ein Pfad führt, dann werden wir das Gleiche tun. Wir raten einen neuen Mittelpunkt zwischen S und M. Sagen wir mal M1, ja, oder M, ja, ich nenne ihn mal M1. M ist unser M0, M1 ist unser M1. Und dann haben wir wieder zwei halbe Pfade, nämlich den von S nach M1 und den von M1 nach M0. Dabei verifizieren wir zunächst wieder den ersten. Das heißt, wir bekommen ein M2 zwischen S und M1 und haben wieder zwei halbe Pfade. Die Pfade werden immer kürzer und sie werden schnell kürzer. Sie werden exponentiell schnell kürzer, wenn Sie so wollen. Das heißt, in jedem Schritt halbieren wir das, was wir bis dahin haben, wieder. Das heißt, auch wenn der Pfad ursprünglich ziemlich lang war, müssen wir nach ziemlich wenigen Schritten bei sehr kurzen Pfaden rauskommen. Und kurze Pfade, die können wir einfach verifizieren. Entweder ist der Pfad Länge 0, dann sind wir sowieso schon fertig, oder ist Länge 1, dann sehen wir das auch gleich. Also das heißt, in dem Moment, wo die Pfade so kurz sind, müssen wir nicht mehr weiter rekursiv arbeiten, dann sind wir sicher, dann geben wir Ja zurück. In dem Moment kann der Algorithmus auf der Ebene, wo er gerade ist, die zweite Hälfte des Pfades prüfen. Wenn das beides funktioniert, dann gibt er wieder Ja zurück und auf der nächst höher liegenden Ebene hat man jetzt einen doppelt so langen Pfad verifiziert und kann dort weiterarbeiten. So funktioniert das Ganze und wenn Sie sich jetzt überlegen, durch diese starke Verkürzung, die wir jedes Mal erreichen, wenn wir einen Rekursionsschritt ausführen, wie oft das überhaupt rekursiv sich selbst aufrufen kann, dann sehen Sie, wenn Sie hier vernünftig raten, dann wird das nur logarithmisch oft sein bezüglich der Länge des Pfades. Da Sie immer halbieren, also wenn Sie einen sehr langen Pfad haben, einen Pfad der Länge n haben, dann müssen Sie nur Logarithmus von n oft halbieren, bis Sie einen Pfad der Länge 1 haben. So funktioniert das und das heißt auch, dass die Rekursionstiefe dieses Algorithmus, das ist also der Callstack, wenn Sie so wollen, nur logarithmisch anwächst und wir nur logarithmisch viele Rücksprungadressen uns merken müssen, nur logarithmisch viele geratene Mittelpunkte, die wir bis dahin haben. Und in jedem Schritt kann der Speicher wiederverwendet werden, das heißt, wir müssen wirklich immer nur in die Tiefe gehen und wenn wir nach oben gehen, vergessen wir das, was wir vorher gemacht haben und gehen in eine andere Tiefe, das heißt, wir haben immer nur diese logarithmisch vielen Punkte im Speicher. Jetzt ist unser Pfad erwartetermaßen exponentiell lang, das heißt, wir haben einen Logarithmus von was exponentiellem und das ergibt uns ein Polynom. Also das heißt, wir haben in dem Fall polynomiell viele rekursive Aufrufe und in jedem Aufruf müssen wir den geratenen Mittelpunkt uns merken und wir müssen uns auch vielleicht noch merken, wo wir gerade sind, links oder rechts und dann können wir verifizieren, dass das alles stimmt, den Speicher wiederverwenden. Wir erinnern uns auch, die Punkte, die wir hier raten, S und T auch und M1, M2 und so weiter, das sind Konfigurationen einer Turing-Maschine, das heißt, wir brauchen jeweils eine Menge an Bits für die, also siehe, Kuklevin, wir haben diese ganzen Bits für einen dieser Punkte, das ist also auch an sich schon ein bisschen kompliziertes Objekt, aber das waren ja auch nur Polynomierfile und wenn wir jetzt Polynomier oft solche Polynomiergroßen Konfigurationen speichern, dann haben wir immer noch Polynomierfile Bits insgesamt. Das heißt also, was wir machen ist, wir müssen eine Formel angeben und das im Detail zu machen ist hinreichend aufwendig und ich mache es ja nicht. Diese Formel muss ein Atom, eine Proposition enthalten für jedes Bit, was man braucht, um Polynomierfile Konfigurationen Polynomierer Länge zu kodieren und das sind gedachterweise die geratenen Punkte auf dem Weg nach unten bis zur Länge 1 und dann, und das ist noch ein bisschen anspruchsvoll, muss man diesen Algorithmus in einer QBF kodieren und das ist der Punkt, wo dann die Quantoren reinkommen. Und also mit bis jetzt habe ich eigentlich nur erklärt, wieso wir mit Polynomiem Speicher auskommen und dieser Polynomiel Speicher kann in Polynomiel viele Propositionen umgesetzt werden und was dann noch notwendig ist, ist, dass man die Formel auch wirklich so schreibt, dass wir diesen Speicher erfolgreich wiederverwenden. Also das heißt, dass wir jeweils alle Möglichkeiten in die Tiefe zu gehen betrachten und wenn ich das so sage, ahnen Sie auch schon, wie das funktioniert. Ja, wir haben hier zwei rekursive Aufrufe und das wird in der Formel dann mit einem Alquantor ausgedrückt werden. Wir werden dann sagen, es gibt einen Punkt in der Mitte, sodass für alle beiden Pfade links und rechts dieses Punktes gilt. Es gibt einen Punkt in ihrer Mitte, sodass für alle Punkte alle Pfade links und rechts davon gilt. Und auf die Art, wenn ich das geschickt mache, kann ich tatsächlich eine polynomielle Formel kriegen. Die Anzahl der Quantoren hat auch wieder mit der Regressionstiefe zu tun und damit habe ich dann wirklich das Problem auf QBF überführt. Okay, gut. Damit haben wir schon eine ganze Menge jetzt erklärt und ich schaue gerade mal auf die Uhr. Es ist auch schon, hat auch schon 30 Minuten gedauert, Ihnen das zu erklären. Ich habe das jetzt ein bisschen detaillierter erklärt, als ich es ursprünglich vorhatte. Die Idee, die ich jetzt erklärt habe mit der Middle-First-Suche ist im Prinzip der Beweis des Satzes von Savage. Ja, also Sie haben jetzt gerade zwei Theoreme in einem bekommen. Ich sage noch mal was dazu, wie funktioniert das mit Savage. Was Savage ja sagt, ist allgemein, man kann das, was eine nicht-deterministische Turing-Maschine in beschränktem Speicher macht, auch schaffen mit einer deterministischen Turing-Maschine in quadratisch viel Speicher. Und die Idee ist, dass die deterministische Turing-Maschine genau diese Middle-First-Suche implementiert, nur sie rät nicht den Mittelpunkt und hofft, dass das klappt, sondern sie geht einfach systematisch mit einer großen Vorschleife durch alle möglichen Punkte durch und betrachtet jeden davon schrittweise als möglichen Mittelpunkt. Das heißt, sie implementiert noch mal eine Tiefensuche auf dem Entscheidungsbaum dieser nicht-deterministischen Idee, die ich Ihnen gerade präsentiert habe. Das ist aber auch nicht schwierig. Also wenn Sie wissen, es gibt nur jeweils eine kleine Anzahl von Punkten, die Sie raten müssen und für jeden Punkt gehen Sie einfach durch alle möglichen durch systematisch durch, betrachten alle Belegungen und dann gehen rekursiv rein, dann können Sie das genauso implementieren. Also das ist die geniale Idee letztlich, wie man zeigt, dass man den Nicht-Determinismus los wird bei speicherbeschränkten Turing-Maschinen selbst ohne, dass man den Speicher wesentlich erhöht. Also man braucht ein bisschen mehr Speicher, braucht quadratisch viel Speicher, weil man polynomiell viele Konfigurationen von Polynomälergröße speichern muss. Also wenn die ursprüngliche Turing-Maschine nur einen bestimmten Speicher belegen konnte, dann muss man für jeden Punkt, den man rät, auf dem Berechnungspfad so viel Speicher haben und es gibt eben eine Anzahl von Punkten, die wiederum mit dem Polynom des Speichers zu tun hat. Es ist Logarithmus vom Exponentiellen dieses Polynoms, also am Ende wieder das Polynom. Dadurch kriegen Sie das Polynom-Quadrat. Okay, gut, das war jetzt die Skizze von Savages Theorem. Da bin ich zwar noch nicht ganz durch mit meinen Folien, aber ich würde sagen, für das Video haben wir schon eine Menge gelernt. Ich höre mal an der Stelle auf und mache den Rest im nächsten Video. Bis gleich. Tschüss und auf Wiedersehen.